Krass Ich weiß was wir heute machen Sex Wolle ich noch Der hatte keine Chance Der hatte einfach keine Chance Bis morgen bei Nils Wie ich bin morgen bei Nils Ich bin nicht der Nils hat nicht mal irgendjemand oder so von euch irgendwas von so nils gewohnt denn eben so eine maria oder sowas so wenn so eine schelle ich hätte noch eine idee was ich machen können m 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 verstehst du ich habe hier etwas untergebracht vor Zeit zum ersten Sporn 1 Minuten und dann 30 Sekunden Nein! Nein, 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 nein! das ist nur für den letzten Notfall das ist nur für den letzten Notfall und da ich habe mit Absicht dieses Ding eine Minute gestellt und so damit nicht rumgespielt weil die eine Runde geht jetzt 4 Minuten, nicht 5 Minuten Ja, mach die mal länger, die da war doch trocken! Ja, das soll aber so sein, weil das Teil verstehst du nicht, weil dieses Ding ist zu OP einfach zu OP und dann mit diesem Schnellschießen Du hast ja gesehen, Alter, das war kein Problem dich zu holen! Du hast ja gesehen, Alter, das war kein Problem dich zu holen! Du hast ja gesehen, Alter, das war kein Problem dich zu holen! Du hast ja gesehen, Alter, das war kein Problem dich zu holen! nur bitte doch auf ja weil mit fünf leuten es ist echt extrem ist um spring deswegen nimm dir mehr raketen auf dem inventar oder mach so da war sein team wir sind das mit dem bild ja man in dem tag hat der patrick gar kein bock noch durch hey die verdammt sehr geil ist muss man wirklich sagen kann man wirklich zu geil machen hmm 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 rabblege ja an ja vor aber was so steh sich nicht löst so mit dem stocken oder was was ich nein Nein! Das ist also knapp. Herr Merritt, die Ender, weil du ihn geaxelt hast. Hey, das ist aber irgendwie unfair. Ich würde das Achsen nicht ausstellen, Mann. Nein, Mann. Na, okay, aber danach stelle ich das echt aus. Schon die Runden gehen so schnell, dass man den Annäherungswerfer gar nicht mehr braucht. Oh, er hat die Kanone benutzt! Oh, er hat die Schuss anzuziehen. Keine Ahnung. Das braucht man nicht, auch gar nicht, weil das siehst du ja. Was kommt denn mit Einkaufswagen? Egal! 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 Einkaufswagen ist okay, aber... Nee, ich kriege einfach keinen Dämmel. Heavy-Core-Trommel. Heavy-Core-Trommel, weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir auch ein Rollstuhl machen. Nee, das geht schon total in Ordnung. Mach mal. Ach, das geht. Mach mal. Mach mal, mach mal, mach mal! Woaccord! Die Geht nicht, Mann, mach mal! Ja, nein! ich mache das jetzt mal mit dem argsten weg man also ja damit die bälle dann nicht im weg sind er fasset nicht mehr als 8 warte das sind die einstellungen und so für die teams so gut ist gerade ich weiß gar nicht mal wie man das ausstellt mit dem Axtenmann irgendwo konnte man hier doch einfällt ob Waffen zu schauen Konditionsanzeige einblenden Weiß, weiß was ich nicht kenne der hier, wenn ich lustig, dass ich einen Schopf rein kam kannst du bitte aufhören Ich bin nie Ich bin nie Ich bin nie Ich bin nie Ja ja Ah, ich habe eine Idee, was ich, ich weiß, wie sie das gemacht haben. Ich weiß, wie sie das gemacht haben, das findet man nicht bei den Einstellungen. Das musste man so machen. Oder? Ja. Bauen zu lassen, nein, Zone im Spiel sichtbar, nein, Zone brettet. Das ist ein Spiel Nummer 1, Lebensdauer von Objekten. Ich will Stil, den jemanden von Hasen sehen, den Dings auch noch nennen würde. Die Maske. Keine Ahnung, Kreaturen beeinflussen, Spieler beeinflussen. Bitte? Ich muss gerade überlegen. Dauer. Lebensdauer von Objekten. Schießen zulassen. Schießen zulassen. board. ... ... ... ... ... ... ... Nein, ich hab das schon kaputt gemacht, Mama. Egal. Da kommt die Idee, die Auto zu gehen. Mann. Egal. Nein, das ist nicht. Mann, hör auf mal irgendwas kaputt zu machen. Ich hasse dieses Ding einzustellen. Wenn du diese Dinger, zwei Dinger da kaputt machst, Alter, das ist echt scheiße. Weil ich das alles dann von vorne einstellen muss. Und da muss ich die Map komplett wieder neu machen, Mann. Also ich meine, von dem Thema, du musst sie wiederherstellen. Wie ich es vorhin eingesprächelt habe, und da habe ich echt keinen Bock. Doch. Ich meine, da muss ich wiederherstellen machen. Das ist echt toll. Das war's für heute. Oh, 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 oh. Wadda. Wooh! Dankeschön, 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 Dankeschön. k r hoof 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 Louis du musst mal verkaufen gehen du musst einfach verkaufen gehen Ich komme gleich. Was macht er denn da? Hey, was macht das denn? Dieser Controller, Mann! Luis, bist du überhaupt da? Ja, ist er. Mein Bruder will nicht hacken. Das geht gar nicht, oder? Ja. Kann er nicht hacken? Nein, kann er nicht. Warte mal, Luis. Ja, ja, du kannst, du kannst ja schießen und hacken, wir nicht. Warte mal, kill mich mal nicht, ich will mal da landen, okay? Kill mich mal nicht. Oh, er kann nicht aussteigen. Warte, ich komme nochmal. Das ist aber geil, gell? Ja, ich kann tatsächlich nicht hacken. Gib mal einen RPG, kann ich nicht aufheben, perfekt, okay? Ich liebe gute Laune, Mann. Ich liebe gute Laune, Mann. Was willst du machen? Du weißt ganz genau, welchen Tanz ich hasse. Ich hasse Träumerfüße. Demo zum Müll, Alter. Welcher ist geil? Ich habe dich voll abgebremst. Ich mache dich voll abgebremst. In der Mitte rein. Ich muss meinen Bruder zusammen. So, er ist schon tot. Ja? Mein Bruder ist schon tot. Ja. Ja, ich habe diese Seele nicht gemacht. Luiz wurde eliminiert. Das ist immer Burger. es ist so ein Wiener Hund oder was so ein Dackel das ist Emma Burger für Emma Burger Emma Burger hier das ist dieses Ding da, damit ihr nicht hacken könnt ich habe noch jemanden rein, hoffentlich kommt der rein ja schon, weil er kennt ja Bowling versus RPG er kennt ja Bowling versus RPG Emma Burger bestellung, Emma Burger, wer will Emma Burger Emma Burger Platz ID, uns landest du ein Kittchen ach so, hört sie mich, Emma Burger hört sie mich ok, wenn wir sie beschleunen, auch das ist Emma Burger sagt, ich schenke Younes jeden ein Tats aus dem Shop aber wir wählen die V-Bucks noch dafür er ist runtergefallen das ist Bowling versus RPG ist echt geil ich finde es hier sogar viel besser als bei GTA man, weil bei GTA fuck mich das Enter man, dieses bewegen halt und wenn du eine Rolle machst du so, dann kannst du da runter das ist nervvoll m 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